Die beiden neuen Gelenkarmarkisen von Markilux. Die 1700 und die 1710. Beides absolute Designerstücke. Klar, in erster Linie müssen Markisen Schatten spenden, aber sie müssen natürlich auch zum Haus passen und das tun diese beiden definitiv. Ja, ganz besonders macht die Markilux 1700 und die 1710 die feingliedrige und organische Form. Man sieht das runde Traghohr und die tropfenförmigen Seitenkappen. Das ist absolut zeitloses Design und passt wunderbar in die Architektur. Die 1700 hat sogar den Red Dot Design Award gewonnen. Sie können die Markilux 1700 und 1710 auch in den bekannten Launchfarben bestellen. Anthrazitmetallic, Steingraubmetallic und Cremeweißstruktur. Das Ganze können Sie dann noch als i-Tüpfelchen mit den Chromendkappen verzieren, sodass Sie ein einmaliges individuelles Designerstück haben. Ja, der Unterschied zwischen der 1700 und 1710 ist, dass die 1700 offen ist. Das heißt, man sieht das Tuch, wirkt dadurch sehr filigran. Die 1710 hat hingegen noch eine Kassette, in der das Tuch geschützt ist vor Witterungseinflüssen. Perfekte Kombination zwischen Design und Technik und absolut hochwertig. Ja, die 1700 ist mit der Bionic-Sehne ausgestattet. Die Bionic-Sehne ist das hier, quietscht nicht, rostet nicht und die hält. Wir haben das vom Fraunhofer-Institut testen lassen. Nach 50.000 Armbeugungen haben die da aufgegeben und gesagt, sie sehen überhaupt nicht, dass da irgendwas reißen sollte. Die beiden neuen Gelenkarmarkisen von Markilux. Kommen Sie doch gerne mal vorbei und schauen Sie sich die Modelle in einem Markilux-Schauraum an oder in einer der vielen Ausstellungen unserer Fachpartner in Ihrer Nähe. Aber eins muss ich Ihnen noch zeigen, dass der Regenablauf bei der 1700er und 1710er, den sehen Sie hier. Der Regen wird wunderbar ins Ausfallprofil geleitet und kann somit an den Seiten abfließen. Damit sehen die beiden Modelle sogar bei Regen noch gut aus.